Musik Spiel ist eröffnet, Real von links nach rechts sehr wohl, Fletcher Rooney mit Fletcher, Hackentrick, well back links jetzt Young und das ist das 1-0 da wollte ich ihn gerade noch loben und dann macht das 1-0, 21. Spielminute das erste Tor in diesem Rekordspiel wunderbare Kombination, Fletcher, Rooney mit der Ferse Fletcher, well back, hat noch das Auge und Young ist halt gut, wenn man mit beiden Füßen schießen kann wunderbare Kombination klasse Fußball von Manchester United und Ashley Young hat auch schon gegen Inter Mailand getroffen Elfer reingehaut heute noch zu Gesicht in jedem Fall und das hat auch Carlo Ancelotti betont ist er fit für die Supercoppa Bale und da kann man dann auch Elfmeter geben und das tut er auch die Hand von Michael Keane an der Schulter von Gareth Bale und das Schuhwerk hat er verloren Bale Schneller Haken also das Foul hat vor der Strafraumgrenze begonnen ganz locker 1-1 Gareth Bale Außen an Michael King vorbei wird gehalten und verlet De Gea ab ins rechte Eck Gareth Bale stellt auf 1-1 und aus der ersten richtigen Chance erzielen sie dann auch den ersten Treffer und wieder Young der richtig Tempo macht auf links fast im Handspiel war Rooney was für ein wunderbarer Spielzug Manchester United führt mit 2-1 Ashley Young bekommt die Chance zu flanken und Rooney mit dem Haaransatz mit dem Hauch eines Haars fälscht er den Ball ab Wayne Rooney ja er gibt ihm noch die Richtungsänderung mit 20 marktwert 6 Millionen sämtliche Nachwuchsteams bei Real Madrid durchlaufen dasselbe gilt für die spanische Nationalmannschaft und da ist Chicharito mit dem 3-1 wunderbar gespielt aus dem Nichts die weite Flanke und ganz ganz groß Kakaba mit der Flanke und Chicharito mit dem Kopf gegen Casillas Fletcher Kakaba und schnell ist dieser Mann hat die Augen am Ball und egal ob Casillas auf ihn zustimmt oder nicht er will das Tor machen er macht das Tor 80. Minute Prozent die far ein wo wir auf das wir sincerely 这个 ist das wir